Hallo und herzlich willkommen bei Game Insight, mein Name ist Sirius und das sind zum zweiten Mal in Folge die Daily News mit mir. Heute mit den Themen The Witcher 3, Disney schließt LucasArts, Landwirtschaftssimulator 2013, Doom 4, Playstation 4 und Xbox vs. Playstation. Ja und da bin ich schon wieder, jetzt auch noch am Donnerstag nach dem Mittwoch. Also das tut mir jetzt wirklich recht herzlich leid, dass ihr mich zum zweiten Mal in Folge ertragen müsst und normalerweise ja freitags auch nochmal, das bedeutet ein drittes Mal in Folge. Ich möchte mich aber bevor die ganze Daily News beginnt, einmal recht recht herzlich bei den gestrigen oder auch bei den heutigen Zuschauern noch bedanken, die gestern so dermaßen die Daumen nach oben geklickt haben, dass das Video und meine Ohren rot geglüht haben. Also innerhalb tausend Daumen nach oben, innerhalb eines halben Tages oder so, sind wirklich sensationell, habe ich noch nie gehabt. Und daher verbeuge ich mich vor euch und sag einfach nochmal Danke dazu. So, jetzt Stefan hat kurzfristig die E-Mail geschrieben, ich soll mal da einspringen und jetzt mache ich wieder so. Das Mädchen für alles, den Springer für alles und daher kommen jetzt die Daily News mit dem Thema The Witcher 3. Wie ihr vermutlich wisst, ist das ein Spiel, auf das ich mich persönlich sehr, sehr freue und deshalb wird das vielleicht auch häufiger mal in den Daily News auftauchen, aber heute gab es dann wirklich was zu berichten. Und zwar ist von vorne herein klar, dass Witcher 3 DRM-frei ist. Das bedeutet so viel wie Digital Rights Management, so viel ich weiß. Also das bedeutet, normalerweise haben viele moderne Computerspiele immer einen Kopierschutz drauf, einen Online-Zwang drauf und solche ganzen Dinge, damit man das Spiel eben nicht raubkopieren kann. Dadurch werden aber häufig auch ehrliche Spieler relativ so gebeutelt und ihr müsst euch registrieren, ständige Online-Zwang und so eine ganze Scheiße. Und das beinhaltet das alles, beugt Raubkopien vor. Und CD Projekt, da war es, um genau zu sein, den Vornamen kann ich jetzt wirklich nicht aussprechen. Das tut mir recht herzlich leid, ich grüße damit alle Polen. Ähm, der Nachname ist aber Cheshnik, würde ich sagen. Das ist ein Game-Designer von Witcher 3, der hat halt bestätigt, dass man das lästige DRM komplett weglassen will, denn Raubkopieren tut eh derjenige, der Raubkopieren will. Also ganz egal, was sie da versuchen, es würde immer Leute geben, die das Spiel klauen. Und deshalb haben sie von vornherein gesagt, ja, meine Fresse, dann scheißen wir halt auf die Typen, die das Spiel Raubkopieren und lassen, aber bestrafen, aber dafür die ordentlichen User nicht. Und das finde ich super, daher gibt es von mir jetzt zwei Daumen nach oben. So, jetzt gibt es noch eine weitere Information zu Witcher 3. Jetzt muss ich mal meine eigenen Informationen mal runterdrehen. Da gab es nämlich heute doch eigentlich drei News, die packe ich jetzt mal so in eine. Und zwar haben die gesagt, The Witcher 3 wird eben ein echtes Next-Gen-Project. Das bedeutet, die verzichten absichtlich auf dieses übermäßige Cross-Plattform-Gaming. Das bedeutet, dass das Spiel für die, ich fange jetzt einfach mal an, Wii U, Playstation 3, Xbox 360, Xbox 720, Playstation 4, PC, Nintendo, iPhone, Samsung, Android, was weiß ich nicht noch alles. Also sie haben jetzt gesagt, im Gegensatz zu anderen großen Titeln, wie jetzt zum Beispiel bei Ubisoft, die Assassin's Creed 4, Black Flag oder auch Watch Dogs eben gleichzeitig auch für die Playstation 3 und die Xbox 360 entwickeln, will man bei The Witcher 3 komplett nur auf Next-Generation setzen und eben auf dem PC logischerweise, um das Spielerlebnis so gut wie möglich zu gestalten. Die sagen halt, wenn man sich noch damit beschäftigen muss, dass es auf der Xbox 360 oder auf der Playstation 3 läuft, dann bremst uns das absolut aus. Und man sagt hier, wir suchen nach AAA-Erlebnissen mit der nächsten Generation. Also Witcher 3 soll so groß werden, größer als Skyrim, das kennt ihr ja alles schon und so. Das wird nächstes Jahr erscheinen, ich bin mal sehr gespannt drauf. Ich finde es eigentlich gut. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das Ding wäre eh nicht mehr rechtzeitig für die Xbox 360 oder so fertig geworden, weil es soll ja erst 2014 angeblich erscheinen. Heute eine dreigeteilte Witcher 3-Nachricht, passt hier irgendwie ein bisschen. Und zwar sagen sie da, sie sind sich noch nicht ganz sicher, ob das Ding einen Mehrspielermodus haben soll. Was? Rollenspiel mit Mehrspielermodus? Was soll das denn? Und zwar hat auch da Adam Bedowski gesagt, ich weiß gar nicht, mit wem hat er das Interview geführt, ich glaube mit der Edge hat er das gemacht. Dass man da noch so im Gespräch mit den Marketingchefs sind und so. Und dass man darüber nachdenkt halt, wie das eventuell mit eingebaut werden könnte und so. Also man will das Rollenspieler-Erlebnis rund um Geralt absolut in den Mittelpunkt stellen, aber die überlegen tatsächlich einen Multiplayer einzubauen. Das ist so, ihr kennt das ja vielleicht, also es gibt großartige Singleplayer, die haben immer noch mal so ein Multiplayer dran geklatscht, ja. Und liebe Freunde von CD Projekt Red, danke dafür, dass ihr das digitale Rechte-Management-Fuck-Off, das ihr dazu sagt. Danke dafür, dass das Spiel wirklich nur Next-Gen und damit hoffentlich optimal aussehen wird, aber ein Multiplayer. So ein Tipp von mir. Nee, danke. Ja, jetzt kommen wir dann, glaube ich, leider zur Horror-News des Tages, denn LucasArts wurde geschlossen. Rest in Peace. Das tut mir wirklich richtig leid für das Entwicklerstudio. Disney hat einfach das Ding in dich gemacht, ja. Die haben ja da überall, sind ja immer schwer am Einkaufen und so und diesmal haben sie halt den Entwickler und Publisher LucasArts einfach mal geschlossen. Das eigentlich relativ imposante, epische und legendäre LucasArts-Studio war meines Erachtens über 30 Jahre alt und schon seit jeher irgendwie an tollen Titeln entwickelt. 150 an tollen Titeln beteiligt, wollte ich sagen. Also die haben tolle Titel entwickelt und waren an tollen Titeln beteiligt. Und ungefähr 150 Leute wurden da von Disney auf die Straße gesetzt. Und somit ist auch das Star Wars 1313, in dem angeblich Boba Fett die Hauptrolle gespielt hätte. Habe ich jetzt Richtung Kamera gespuckt? Nein, das habt ihr nicht gesehen. Hoffe ich jedenfalls. Boba Fett, der Kopfgeldjäger, sollte angeblich Hauptprotagonist in Star Wars 1313 sein. Also ein Star Wars Spiel, was halt innerhalb dieses Universums angesiedelt ist, aber sich doch ganz anders anfühlen sollte, ganz anders aussehen sollte und so. Da gab es halt, ich glaube vorgestellt wurde das letztes Jahr auf der E3, so als Entwurf. Und dann gab es auch mal, ich meine Artworks zu sehen und es gab auch schon so Screenshots zu sehen, die alle relativ düster waren. Und diese 1313 bezog sich halt, glaube ich, auf eine Ebene innerhalb eines Planetens, irgendwie so ganz unten, ganz schäbig oder irgendwie sowas. Also ich glaube, das wäre toll geworden. Und naja, es gab ein Statement von Disney, wo sie gesagt haben, nach Überprüfung unserer aktuellen Position auf dem Spielemarkt, haben wir halt entschlossen, ja, LucasArts zu schließen und mit anderen Lizenzierungsmodellen eventuell das Risiko für Disney zu minimieren. Und gleichzeitig eben ein breiteres Portofolio für Star Wars zu schaffen. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet im Grunde genommen, dass die noch die Rechte an Star Wars haben, dass sie selber aber keine Spiele mehr zu Star Wars fabrizieren werden. Wenn aber jetzt Ubisoft, EA oder wer auch immer daherkommt ohne genug Geld auf den Tisch ballert, dann können die sich bei denen gerne die Star Wars Lizenz abholen und dazu ein Spiel machen. Ja, meine Meinung dazu ist, das ist relativ, ich mache das nicht gerne, aber heute ist es echt nötig. Also das zu machen, finde ich ehrlich gesagt richtig, richtig scheiße. Angeblich hätte Star Wars 1313 noch zwei Jahre Entwicklung benötigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig ist, ich finde es aber immens traurig, dass so nach und nach irgendwie die Entwicklerstudios schließen und dass so auch einfach eine gewisse Vielfalt im Gaming-Bereich eventuell schwindet. Vermutlich bekommen wir aber sicherlich ein Donald Duck Star Wars und Mickey Mouse auf dem Todesstern, weil sich das besser verkauft. Weiß ich jetzt auch nicht, tut mir leid, in diesem Sinne, rot in Frieden, liebe LucasArts Studios. Ja, dann gibt es noch eine ganz andere News aus einem ganz anderen Gaming-Bereich, den ihr alle sicherlich lieben werdet und den ich persönlich nie verstehen werde, der aber ja ganz toll sein soll. Ich weiß es nicht, Minecraft soll auch ganz toll sein, ich spiele es ja auch nicht und es heißt glaube ich Minecraft. So, und zwar wird der Landwirtschaft-Simulator 2013 am 5. September erst für die Xbox 360 und die Playstation 3 erscheinen. Nein! Habt ihr das jetzt gerade gedacht? Schreit ihr jetzt gerade, weil ihr dachtet, oh das kann ich bald zocken? Das ist so mein absolutes Lieblings-Game, ich wollte schon immer virtuell Trecker fahren und Kühe melken. Hat sich mir nie so erschlossen, ist aber ja irgendwie ein Spiel, was trotzdem Erfolg hat, Erfolg hat, die jedes Jahr auf der Gamescom stand haben, mit irgendeiner alten im Dürndl. Wo ich jedes Jahr so vorbeigehe und denke, was ist das? Und naja, die haben jetzt halt eben mitgeteilt, dass die Xbox 360 und die Playstation 3 Version auf den 5. September verschoben wird, weil sie noch ein bisschen daran rumschrauben. Und dass beide Konsolen-Varianten sich im Endstadium der Entwicklung befinden, das Ganze braucht wohl nur noch ein bisschen Feinschliff, ordentlich portionieren und so, damit das auch gescheit auf den aktuellen Konsolen läuft. Meine Frage an euch, spielt ihr das? Hat einer von euch den Landwirtschaft-Simulator 2012, 2011, 2010, 2009, habt ihr so ein Ding mal gespielt? Ich muss gestehen, ich noch nie, vielleicht ist es ja ein ganz tolles Spiel, ich weiß es einfach nicht. Dirk Wallner, der Geschäftsführer von Astragon, sagt aber auf jeden Fall, dass er sich sehr freut auf die beiden neuen Versionen. Es wären zwei sehr große Schritte zur Erschließung einer ganz neuen Zielgruppe für das ganze Simulations-Genre. Ja, natürlich freut er sich da drauf, weil es ist halt einfach eine Menge Kohle. Und von mir aus, wem das Spiel gefällt, meinen Segen haben die, das scheint ja gut zu laufen. Und deshalb dürft ihr von mir aus auch gerne Kohle damit auf Xbox 360 und Playstation 3 machen. Kommen wir mal noch zu gruseligen Themen und das wäre dann Doom 4. Ja, also Doom 4 ist ja eigentlich offiziell in der Entwicklung, also da schwanken ja immer so einige Gerüchte rum, dass Bethesda und IT-Software, und das heißt wirklich IT und nicht ID, wenn ich richtig informiert bin, liebe Zuschauer. Könnt aber jetzt gerne alle unten wieder reinschreiben, was ich wieder alles falsch gemacht habe heute. Also der, oder einer aus der Marketingabteilung, Pete Heinz von Bethesda, hat bei Kotaku verlauten lassen, dass man das ursprüngliche Doom 4, was bereits in der Entwicklung war und wo man dran am Arbeiten war, komplett eingestampft hat. Das Ding war denen einfach zu scheiße, zu langweilig. Die haben gesagt, das würde den hohen Erwartungen der Doom-Spieler nicht gerecht werden. Und man wollte einfach so eine Marke nicht so in die Tonne kloppen. Eigentlich ja gut. So, Daumen hoch. Denn wenn sie ein Spiel nicht veröffentlichen, weil es ihnen noch nicht gut genug ist, dann müssen wir das einfach tolerieren und eigentlich auch honorieren, dass wir sagen, ey, wir warten lieber länger drauf und bekommen ein gutes Spiel, als wie zum Beispiel, ich will jetzt nicht Alien, Mellow, Marines, Colonies erwähnen, wo einfach ein Spiel auf den Markt geklatscht wird, was überhaupt nicht funktioniert. Ja, ähm, darüber hinaus wurde dann auch bekannt, dass sie einen Nachfolger von Rage, und Rage fand ich jetzt persönlich nicht so schlecht, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Das war so ein ganz glatter, sich sauber spielender Shooter, der Texturnachladeprobleme hatte, okay. Aber ich fand, das zockte sich für einen Shooter, wo man sagte, ey, mal ein bisschen ballern, fand ich das eigentlich ganz okay. Hat mir nicht schlecht gefallen, auch nicht vom Art Design. Und auch da haben sie wohl den Nachfolger direkt mal, bom, bom, eingestampft und haben jetzt alle Ressourcen dafür genutzt, eben Doom 4 auf die Beine zu stellen. Es gibt aber weder ein Release-Datum noch sonst irgendwas. Man darf aber davon ausgehen, dass das Ding eben erst für die neue Next Generation 2013 kommen wird, also, ähm, oder 2014, 14, 2014 kommen wird. Ähm, naja, ganz eben, das Ding wird einfach für die PlayStation 4 und die neue Xbox entwickelt, dementsprechend natürlich auch für den PC. Also, ähm, ja, also vor 2014 würde ich persönlich an eurer Stelle nicht auf Doom 4 warten. So, und täglich grüßt das Murmeltier und natürlich gibt's auch noch was zur PlayStation 4 und zur Xbox 720 zu sagen. Das hab ich ja schon vor Wochen angekündigt, damit wir, da können wir jetzt jede Daily News mitfüllen. Und zwar, äh, immer, irgendeiner hat immer irgendwas zu kacken oder irgendwas zu sagen oder so. Und zwar hat ein ehemaliger Mitarbeiter von Electronic Arts gesagt, äh, Sony setzt ja jetzt auf billige Hardware. Also, das bedeutet, ähm, jemand und zwar Band Cousins, das ist ein entlassener oder ein zurückgetretener General Manager von Electronic Arts Easy Studios, der hat in einem Interview erklärt, ähm, dass er sich sehr gewundert hätte, dass man da auf, äh, offensichtlich billigere Hardware setzt als bei der PlayStation 3. Also, das fand er wohl sehr interessant, ob das, und er vermutet, dass das eben, ähm, die Gegenwehr ist, um sich gegen diesen Tablet, iPad, iPod Markt zu wehren. Also, dass er da sagt, oh, äh, wir müssen jetzt einfach was billigeres bauen, äh, damit die Kohle abwerfen, weil der Rest zockt halt so oder so. Äh, nicht mehr an der Konsole, sondern, äh, am iPad oder am iPhone oder am S3, S4, S27 und am HTC und am, äh, Sony und wen hab ich vergessen? Nokia und was weiß ich, ähm, also er sagt darüber hinaus weiter, ähm, ich glaube, dass die Vorbereitung der Konsolen, ähm, ja, zurückgehen wird und dass man sich dabei eben nach und nach mehr auf den Core-Gamer, als auf uns, auf uns konzentrieren wird, ähm, weil nämlich diese, diese Kiddies und die Zwischendurchspieler mal, so, was weiß ich, eure Freundin und so und euer kleiner Bruder und so, die werden halt eh alle casual zocken, das bedeutet, die zocken halt eh alle auf dem Smartphone heutzutage und, ähm, ähm, daher wird sich vermutlich oder, äh, seiner Vermutung nach dieser Gaming-Bereich und dieser Gaming-Markt ändern. Deshalb soll Sony auf billige Materialien setzen, um trotzdem mehr Kohle zu machen. Was dran wahr ist, pfff, pfff, pfff. Und zwar hat der Ubisoft-Montreal-Chef Yannis Mallard in einem Interview, äh, mit Eurogamer gesagt, dass die Xbox technisch in etwa das gleiche macht wie die Playstation. Also die sollen so auf Augenhöhe sein, zwar unterschiedlich aufgebaut, aber eigentlich so ein Niveau haben. Das wäre auch das, was ich so erwarten würde. Ich glaube jetzt wirklich nicht, dass ein System da unheimlich zurückfallen wird. Ich denke, das wird von der Leistungsfähigkeit und, äh, hinterher von der Optik, die wir bei den Spielen erreichen werden, auf beiden Konsolen so oder so wieder fast das gleiche sein. Dadurch, dass die Playstation 3 jetzt, ähm, eine PC-nahe Architektur bekommen hat, glaube ich, dass die Playstation, ähm, jetzt nicht besser, aber dass die zum Beispiel diese Mankos, die es bei, die Mankos, die es bei der PS3 noch gab, dass die jetzt nach und nach ausgemerzt werden. Also er sagt auch, dass diese Social Network Funktion, die man jetzt, äh, auf der Playstation 3 vorgestellt bekommen hat, dass die auch eben alle in der Xbox integriert sein werden. Er geht da auf keine Details ein, darf auch noch nichts zur Hardware sagen und so, aber, ähm, auf jeden Fall wäre alles super toll, Xbox versus Playstation. Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, fuck off. Mir wäre irgendwie ganz lieb, wenn jeder das gleiche Teil baut, die Dinger für uns alle dann billiger werden, sich keiner mehr streiten muss und einfach die Spiele schöner werden. So, und ich würde sagen, ähm, mit diesem Ding, dass wir uns alle nicht mehr streiten müssen, ähm, sage ich rechter herzlichen Dank für euer Interesse heute an meiner Daily News. Und ehrlich gesagt, mache ich morgen schon wieder eine, weil freitags bin ich ja immer dran. Ich glaube, mir gehen absolut die Themen aus und, äh, so langsam habe ich mich auch echt, äh, ja, heiser gelabert. Wenn euch das interessieren sollte, äh, guckt euch nochmal an, äh, morgen Mittag bin ich nämlich beim Friseur, morgen dann, ähm, ich sag jetzt mal ab 5000 Daumen nach oben mit Glatze zu sehen. Nein, nein, das war nur ein Spaß. So, ich sag danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!